Was war eigentlich die Hauptbotschaft Jesu? Ich weiß nicht, was dir vielleicht gerade einfallen wird, worüber hat Jesus wohl am meisten geredet? War es über die Frage, wer kommt in den Himmel oder wer kommt in die Hölle? Oder was muss man tun, um irgendwie bei Gott zu sein? Eigentlich nicht. Die Hauptbotschaft Jesu dreht sich immer wieder um das Reich Gottes auf Erden. Also der Traum von einer Gesellschaft, in der alle Menschen gut miteinander umgehen, in der etwas von der Liebe Gottes in dieser Welt spürbar wird, in der es um Gerechtigkeit geht, in der es um Frieden geht und um die Bewahrung der Schöpfung. Darüber hat Jesus eigentlich hauptsächlich geredet. Und ich persönlich als Christ denke, dass das auch meine Aufgabe ist, an diesem Reich in dieser Welt weiterzubauen. Und da geht es mir weniger darum, um die Frage, wer kommt jetzt in den Himmel oder in die Hölle, sondern tatsächlich etwas von Gottes Liebe in dieser Welt jetzt schon sichtbar werden zu lassen. Vielleicht hast du ja Lust, mitzubauen.